Ich werde es auch mal aufnehmen. Wir spielen Chicken Police. 98% positive Steam Reviews. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Deshalb habe ich eigentlich damals in der Anfrage erstmal gesagt, ich mache erstmal nichts Neues, weil ich zu der Zeit krank war. Das war vor knapp einer Woche. Jetzt gucken wir doch mal rein. Es ist eigentlich ein Adventure in einem, wie sagt man, Telenova oder wie auch immer, mit diesem schwarz-weiß Look, wo aber alle Charaktere Tiere sind. Und, ähm, ist schwierig zu erklären. Wir gehen einfach rein. Also, weil ich habe jetzt auch noch keinen Gameplay von gesehen. Es sah einfach interessant aus. Mal eben die Lautstärken ein bisschen anpassen. Chicken Police. Point ist... Ne, Painted Red. Entschuldigung, nicht Pointed Red. Tote Männer sind schwerer als gebrochene Herzen. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Aber ich habe meine Warte. Ja, das ist mir. Ich bin aus. Ich bin aus. Mein Name ist Sonny. Sonny Featherland. An investigator für 20 Jahre. Und, als der star von der Predator Division von der Clawville Police Department. Und eine halbe von der Legendary Chicken Police. Aber bei einem Packer Smokes ist mehr als ich jetzt. Vielleicht sollte ich nur aufhören. Ja, ich werde das. prepared, was ich wirklich das in derendresten Welt? Das sind unsere Flögerland. Und die Mette sind in der Magistone. Das ist nicht schlazmorgen. Und das ist das, was ich nicht in der ganzen Welt. Ich werde das fliegelenkt. Das ist das, was ich lange ausführen. Ich werde das Worte in der Straße gegangen sind. Und dann sollte ich wiederhole, zu sein. We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte. I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes. Older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time. So I had to give her a chance. Typische Detektiv-Geschichte. Alles beginnt mit einer Frau, die Hilfe braucht und bei uns einfach reinkommt. Und danke, Girlitz. Dir auch einen schönen ersten Advent und danke für das Verschenken von Stufe 1 Abos. Vielen Dank. Ich glaube, das sind... Also, Art Design ist halt schon irgendwie krass. Ich mach noch den Sound ein bisschen leiser. Bei komischer Weise kann ich jetzt nur Gesamt verändern. Wer ist diese Dame denn? Und was macht sie in meinem Haus auf Neu-Jahrs-Eve? Let me introduce myself. My name is Deborah. Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Philip M... I mean, Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland. It's not an accident I came to you. Look, miss. I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't... I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So, come on. Spill it. From the beginning. Hatte mir das schon irgendwas erzählt? Eine Dame von Welt. Die Hintergrundwissenssachen. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats, exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Ich glaube nicht, dass ich Deborah direkt anmachen muss. Sie ist erstmal eine Klientin. Ich glaube, es ist Zeit, ein bisschen deeper zu spüren. Wenn du nicht mindst, würde ich dir ein paar routine Fragen stellen. Bitte. Das ist, warum ich hier bin. Neue Funktionen vernehmen. Das Opfer einer Dame ist, dass sie seltsamer Drohbotschaften. Sie sind alle niedergeschrieben. Konzentrier dich auf das, was du über die Verdächtigen weißt. Benimmt sich jemand verdächtig? Dann sollte das dein Fokus sein. Thema John Doe. Dieser Kerl ist recht verdächtig. Darauf muss ich mich konzentrieren. Fokus verdächtig. Achso, das ist nur ein Beispiel. Er ist verdächtig. Ich bin verdächtig. Warum bist du verdächtig? Du alles scharf, du. Sammle Eindrücke der Verdächtigen. Jeder Eindruck gibt dir eine neue Vernehmungsmöglichkeit. So viele Möglichkeiten. Also, das will ich vom Detektivspiel... Also... Ihr wisst, was ich meine. Das Detektivmeter ist dein bester Freund. Er zeigt an, wie gut die Vernehmung läuft. Versuche es im positiven Bereich zu halten, okay? Bla, 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 bla. Das gefällt mir. Ich muss die ganze Zeit daran denken, an diese komische Werbung immer auf Instagram, wo man sein Haustier als imperialen König oder sowas mal einlassen kann. Wer genau sind sie, wenn ich fragen darf? Wer genau sind sie, wenn ich fragen darf? Ich bin nicht jemanden wichtig, Herr Featherland. Sie sind wichtig genug, um so ein Delikate matter zu tun, richtig? Ich schaffe die Wünsche meiner Arbeit, nichts mehr. Das bedeutet einfach paperarbeit, die meisten der Zeit. Du bist in die tiefen Wasser, sweetheart. Sag mir, kannst du sogar sogar schwimmen? Glaubst du mir, das ist nur so unbezüglich für mich, wie es für dich ist, wenn nicht mehr. Plus 10 im Detektivmeter. Also das untere würde ich nicht machen, weil damit verunsichere ich die ja schon. In welchem Teil der Stadt wohnen sie eigentlich? Ich weiß nicht, was du in der Stadt wohnst? Calavera Hills? Flowerville, vielleicht? Schau, ich... ich will nicht sagen. Ich bin hier für meine Arbeit und nicht für persönliche Geschäftsführung. Fair point, Debra. Let's try a different approach. Warum mussten sie mich ausgerechnet heute Abend besuchen? Why did you have to visit me this particular evening? Ich habe meine Reasons. Ich kann mich als ein bisschen Fon aussehen, und vielleicht bin ich. Aber ich habe noch ein Wissen. Ich habe das nicht für einen Moment, Frau Ibanez. Dieser Tag ist wichtig für meine Frau. Und sie dachte, es ist auch wichtig für dich. Ein Messer in sich, für sicher. Aber ehrlich gesagt, auch du bist. You know what? I'll just take that as a compliment. Even if it wasn't meant as such. Verängstigt, schüchtern, zweifelnd. Warum besuchen sie mich? Warum ist ihre Arbeitgeberin nicht persönlich erschienen? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately. Only if she really has to. How so? Eine Katze. Sie ist der Täter. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages. And everyone knows who she is. So, sie ist... That kind of woman. I don't know what you mean. Sie ist aber eine Katze. Sie spielt ein doppeltes Spielchen. Of course you do, Debra. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Debra is hiding something, no question. Let's focus on that. I'm sure it's not intentional. But, uh... Are you toying with me? I'm not sure I understand you, Mr. Featherland. Cut the crap, Debra. You're a pretty smart girl. And you can't hide that no matter how hard you try. But ever since we've been talking, I couldn't force one single straight answer out of you. I'm starting to think I'm terrible at what I do. I'm sorry, Mr. Featherland. You're right. I'll try to be more straightforward next time. Aber wie, denn sie ist ein Fluchttier. I appreciate that, ma'am. Stecken sie irgendwie in einer... ...Klemme. You manage it. Yeah. And I have no other choice, right? To be honest. No, Mr. Featherland. Not really. Finden sie das nicht alles ein wenig verdächtig? Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. Yeah, you look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see? We're starting to understand each other. If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland... I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Please. Just think again. For me and my mistress's sake. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Deborah. Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn. What can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him. Ibn Wessler. The Kingpin. Exactly. Ich würde sagen, das ist eine Ratte. Feathery God, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Auch wenn jetzt der erste Dialog ein bisschen langatmig ist. Weil du... Brauchbarer Cop. So wie jetzt gemacht, Partner. Nicht ganz so wie in den alten Zeiten, aber du hast es noch drauf. Ein paar Tricks hat der alte Gockel noch auf Lager, was? Das reicht ja auch. Ich denke mal nicht, dass ich noch besser vernehmen könnte. Und dann schaltest du immer weiter personenfrei und hast halt alles in deinem Notizzettel. Spezies Ratte, Rathost. Gut ausdehend, charismalisch und ver... Und ein vergackerter Gangster. Ich weiß nicht, was diese Papers sind. Hm. Ja, wen soll ich denn anrufen? Ich kenne da gar keine Nummern. Ich kenne da gar nicht. Sie scheint nicht so gefährlich, dass ich sie holen muss. Aber du wirst nicht wissen. Meine Wallet und meine Badge. Die Wallet ist echt. Die Badge ist echt. Chief Bloodboil took meine. Also habe ich diese aus einer Packung von Cornflakes. In diesem Fall. Meine letzte Zigarette. Hm. Du bist glücklich, dass ich keine Lichter habe, Freund. Ich wollte die Welt, als ich ein Kind war. Aber ich denke, dass ich hier tot enden werde, ob ich es oder nicht mag. Ach, man kann auch mal Licht anmachen. Ach, man kann auch mal Licht anmachen. Ich glaube, ich war mit Val sitzt nicht mal zusammen. Ich glaube, ich war mit Val sitzt nicht mal zusammen. M.B. Davis. Der eternale Kind der Kinder. Ich bin der König der Jazz. Die Fotos sind von den Tagen der Jazz Prohibition. Ich habe nur den alten Mann live gehört, aber ich werde nie vergessen, die Nacht. Und nicht nur, weil ich auf der Harbour wunderte, ohne meine Hand, meine Badge und meine Pants. Die guten Dinge in der Welt nicht lange dauern. Die besten Dinge immer erst zu bleiben. Ich habe das in der Schuhe-Karte. Ich habe das nicht mehr gesehen, oder was es mit den Schuhen hatte. Ich weiß nicht, wo die Schlüssel ist. Was im Hintergrund bleibt immer noch da. Bücher ich nie werde lesen. Vielleicht niemand hat. Ich habe nicht mehr Farben. Nur die Leidung. Alles ist verletzt. Ich brauche noch ein Bier. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich glaube, es gibt gar keinen Hervorhebungsbutton. Für die Umgebung. Weshalb man die Umgebung wirklich absuchen muss. So unklassisch. Mein Gott, man kann noch zoomen. Für bessere Perspektiven. ... Ich habe dich nicht in ein Zeitpunkt geöffnet, Partner. Es sieht, dass ich vielleicht brauchst du. Warum nicht das zu den Polizei? Geht da und ein Report. Fotos, Flashen, Fingereprenzungen. Du kennst das Drill. Die Beweise ist sehr klar. Auch ein moderateter Detektiv, könnte das Problem einfach schlafen. Oder probiere das Telefon. 555-1-1. Ich speichere mal lieber die Nummer der Polizei. Vielleicht brauche ich die irgendwann im Verlauf des Spiels. Was sollen wir jetzt sagen? Achso, das war seine frühere Partnerin. Das war sie. Die Wände schreitst ihre schönige Lange. Warum Molly? Warum jetzt? Herr Featherland? Santino, bist du gut? Was soll das sein? Ich weiß nichts, Herr Santino. Meine Frau sagte mir, dass du das sagst. Sie sagten, dass du verstehst. Und, nicht du? Oh, natürlich verstehe ich, Frau Ibanez. Ich verstehe das sehr gut. Aber dieser Fall wird mehr und mehr verwundet. Es beginnt zu sehen wie blackmail. Blackmail? Ich spiele nicht mit mir. Aber... Okay, wann kann ich besuchen? Besuchen? Ich? Nicht du, Frau Katzenko. Oh, ja. Du kannst sie finden in der Czart Club. Du sagst mir nicht, dass sie nicht der soziale Kind ist? Dass sie besonders unsoziale ist? Oder sie nur lieben und kraften Klubs? Nein, sie ist wirklich nicht so wie das. Aber sie hat das Ort. Judging von der Flyer, es muss ein sehr busy Club sein. Especially auf New Year's Eve. Right? Ich bin sicher, dass sie keine Probleme finden, Frau Katzenko zu finden. Aber es ist ein kleines Problem, Herr Featherland. Lass mich sagen. Herr Wessler besser weiß nicht über meine Besuchung. Genau. Wie war ich ein guter Cop bin? Weil ich ein guter Cop bin. 20 Jahre Erfahrung, Frau. Oh, und bitte, nenne mich Sunny. Es war ein Freude, dich zu treffen, Herr... Ich meine, Sunny. Ich spreche über das Rest mit Frau Katzenko in Person. Ein guter Freund von mir wäre froh, dich nach Hause zu nehmen, wenn du möchtest. Ich würde das empfehlen, Sunny. Levis C. Harrow ist ein alter Freund von mir. Er stottert häufig. Ist der Inhaber des ehemals renommierten Hotels Atlas. Wir sind schon lange befreundet. Derzeit ist er mein Vermieter. Nur wir zwei wohnen in diesem unglaublich riesigen Hotel. Er liebt Kriminalgeschichten und hilft mir immer wieder gerne, wenn ich darum bitte. Ach, da ist seine Nummer. 555 932. Das ist übrigens ein W-Scheibentelefon. Wer so stein alt ist wie ich, kennt sowas noch von der Oma. Am I bothering you? Nein. Nein, nein, nein. Natürlich nicht, Sunny. O-O-O-O-Friend. Was ist passiert? Können Sie überkommen? Ich habe ein W-Scheibentelefon zu fragen, wenn du nicht beschäftigst. Für dich? Alles klar. Nur eine Minute. Ich habe immer gerne mit dem W-Scheibentelefon gespielt. Ich habe immer gerne mit dem W-Scheibentelefon gespielt. Ich bin ein W-Scheibentelefon. Ich bin ein W-Scheibentelefon. Ich habe ein W-Scheibentelefon zu sagen. Ich bin ein W-Scheibentelefon. nicht sagen. Auf Wiedersehen, Ben. So lange, Deborah. Bevor ich zum Club habe, muss ich ein Detour machen. Ich habe die Gefühl, dass dieses Fall nicht ein einzigen Job ist. Und nur eine Bedeutung in dieser Stadt kann ich in Vertrauen. Mein Ex-partner, Marty. Er wird auf der Station sein. Ich kann nur hope, dass er bereit zu sprechen mit mir. Wahrscheinlich, Marty McFly. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts and empty bottles. Ich will mal gucken, ob ich die Polizei anrufen kann. Ha, es klappt. Äh... Nichts, äh, vergiss es. Ach, wie lange ist das her, dass man im Spiel wirklich eine Nummer eingeben musste? Bei, ähm... Ja... Bei Larry hatten wir ja nur die Situation, dass wir... aus Texten die Nummern nehmen konnten, um das Telefon zu benutzen. Da ist natürlich jetzt hier selbst wählen, hatte ich das schon lange nicht mehr. Großer Klassiker, wo man Nummern selbst wählen musste, war noch Pizza Tycoon. Hauptszenen bringen die Geschichte voran. Von diesen Szenen ist außerdem abhängig, welche Orte sich öffnen oder schließen. Zum Abschließen des Spiels musst du alle Hauptszenen abgeschlossen haben. Beschränkte Szenen sind nur begrenzte Zeit verfügbar. Wie lange hängt vom Fortgang der Hauptszenen ab. Wenn du absolut keine verpassen möchtest, musst du sie besuchen, bevor du mit der nächsten Hauptszene weitermachst. Geschlossene Szenen sind momentan nicht verfügbar. Ihr Zustand ändert sich abhängig vom Fortgang der Geschichte. Sie können sich öffnen oder endgültig geschlossen werden. Wähle erst die nächste Hauptszene aus, wenn du dir sicher bist, dass du nicht noch eine der beschränkten Szenen besuchen möchtest. Es kann sein, dass diese Szenen später nicht mehr verfügbar sind. Ja, zurzeit kann ich eh nur zum Polizeirevier. Es war New Year's Eve. Und ich war driving, half-drunk. Risking mein whole life's work. Aber still, es fühlt sich gar nicht anders. Every day war das gleiche. Und die 121 Tage die ich hatte, bis meine retirement, seemed wie ein Eternity. Wenn ich aus der Fenster der Hotel, ich sehe das gleiche. Ich sehe das gleiche. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here with nothing left to lose but our sanity. While others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? I'm sorry I need this. I'll look over my hands. I'm sorry I need it. I'm sorry I need it. Let's go. Vielen Dank.